Hallo, ich bin der Sven und ich möchte euch sagen, es ist ziemlich egal, ob jemand schwarz, weiß, gelb oder sonst irgendeine Hautfarbe hat, es ist ganz egal, welche Religion er hat oder woher er kommt, es ist ein Mensch. Und das darf man nie vergessen, wenn man jemandem gegenübersteht, es sind Menschen. Und deshalb bin ich gegen Rassismus, weil ich einfach immer versuche, mir klarzumachen, dass ein Mensch mir gegenübersteht. Und wenn wir das alle uns klarmachen, dann wird es besser. Vielen Dank.